Wir haben ganz viel gelernt, wir wollen jetzt erstmal uns ein bisschen ausruhen und da hilft, sagst du zumindest, die App namens Osmos HD. Aber eigentlich ist es doch ein Spiel. Schließt das eine das andere aus? Ja, aber du gesagt hast, man kann dazu gut einschlafen. Ich finde, das spricht ja nicht so wahnsinnig viel, sehr groß für das Spiel, wenn man einschläft dabei. Aber wenn das Ziel des Spiels ist, dich zu entspannen, dann schon, oder? Best with headphones kann man jetzt hier natürlich nicht machen. Es gibt verschiedene Modi, die man anspielen kann. Das Ganze geht dann über das Game Center. Jetzt habt ihr mal einen Login-Namen, jetzt könnt ihr euch gerne mit mir kloppen online. Ich gehe mal auf Odyssee des Weltraums. Und kleines Intro. Machen wir ein bisschen lauter. Jede Aktion löst eine gleich starke entgegenberichtete Reaktion aus. Hat schon Isaac Newton gesagt und Isaac Newton ist ja ein ganz bekannter Schriftsteller gewesen, Amy. Und das bin ich? Ja. Das ist quasi eine Eizelle, Amy. Also ich bin Spermium. Und ich gehe jetzt hier zum blauen Kreis. So sieht kein Spermium aus. Das ist kein Spermium? Nein. Bewege dich hinter den Partikel-Tipps. Hab ich doch. Ach so, ja genau. Und dadurch, dass ich ihm Gas gebe. Guck mal, er rollt drüber. Also muss ich ihn so weit abbremsen. Zack, 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 dass ich innerhalb dieses Kreises liegen bleibe. Und das ist mein Osmos. So nenne ich ihn einfach mal. Und ich kann mir damit auch andere Organismen einverleiben, Amy. Stoßen mit kleinerem Partikel. Weißt du was? Achtung. Symbiose. Achtung. Und jetzt, guck mal, oben war er grad noch rot, weil ich ihn grad nicht fressen konnte. Jetzt habe ich die Größe, um ihn fressen zu können. Allerdings brauche ich auf dem Weg zu diesem roten Ballen so viel Energie, dass ich doch lieber noch einen kurzen Umweg über meinen kleinen Homie hier mache. Darf ich mal sagen, wir haben diese App, als die noch keine HD-Version hatte, haben wir die vorgestellt. Vor zwei Jahren oder so. Drei Jahren. Da fand ich die schon so unfassbar langweilig. Was? Die ist super. Pass auf. Warum denn? Da kann man doch einfach gleich schlafen. Guck mal. Zieh mit zwei Fingern auf und zu, um zu zoomen. Ja, das ist, guck mal, jetzt kann ich den oberen snacken, aber den linken noch nicht, weil der linke ist noch ein bisschen größer als ich. Ich muss natürlich auf den Weg aufpassen, dass ich nicht zu viel Energie verbrate. Guck mal, ich finde diese Effekte, diese Transitionseffekte, dass man immer größer wird, finde ich eigentlich eine echt coole Sache. Mit zwei Fingern auf und zu, um zu zoomen. Ja, ich weiß, man kann auch so... Jetzt habe ich den anderen... Da muss man aufpassen. Ich probiere jetzt nochmal den Schwäber hier klarzumachen. Das kriegen wir da hinten. So, einmal schnell hier den aufsnacken, dann den anderen. Aufsnacken. Zack, zack. Dann die oberen. Da muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel Energie. Fertig? Zack, warte. Nein! Oh! Ich finde, das ist eine wirklich schöne App. Lebensform terminiert. Das war's. Nicht ohne Grund. Alle Marco Barges ausradiert. Es gibt noch ein paar Milliarden, Gott sei Dank, in kleinste Form. Und der große Vorteil an Osmos ist, wenn man jetzt mit Kopfhörern spielt, man kriegt die Soundeffekte richtig schön mit. Die ihr gerade schon gehört habt ein bisschen. Das ist wirklich entspannt. Osmos HD. HD, ein Spiel der Spiele, die ich schon seit langem auf dem iPad habe. Und müsst ihr aber dafür die neueste Version vom Betriebssystem haben? Leider. Sonst funktioniert es nicht. Popeider. Na ja.